Willkommen zurück zu GTA Online, in diesem überaus attraktiv sexuell erregenden Fahrzeug hier sind wir auf dem Weg zu unserem Fahrzeug. Wir haben hier wieder, ja, Real-Life-Action pur. Wir lassen nicht das Auto zu uns liefern, wir lassen uns zum Auto liefern. Heute mal umgekehrt Physik in GTA. Skills am Start, so. Er weiß sogar, dass wir zu unserem Auto wollen. Wir müssen uns natürlich bedanken bei dem Herren. Ja, 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 ja. Vielen Dank, so. Jo. Oh, äh. Sieht irgendwie leicht blutig, bloody Mary aus. Haben wir etwas kaputt gemacht? So. Ist ja ein netter Parkplatz hier. Dann kann man Deals laufen lassen. Sieht ihr so, ey, hier, der Zeug hier, 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 und schnell wieder weg, hier. Oh, guck durch diesen Sonnuntergang an! Oh, 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 oh. Ich werde, oh Gott, ich werde von meinen Gefühlen überrannt. Das ist so wunderschön so. Oh. Oh. So, äh, ja. Wheel-Ai. Ja, ja, Kollege. Es gibt ja, äh, ein Fahrzeug. Ja, obwohl, ich brauche es eigentlich doch nicht, weil wir haben ja den hier jetzt. Aber es gibt noch einen Jeep, den ich doch gerne gehabt hätte. Wir stellen uns ganz cool in die Seiten, weil der ist so blöd, den Bordstein vernünftig hochzufahren. Dass die Räder nicht eingeschlagen bleiben, ne? Das ist doch wieder so eine Tatsache aller Tatsachen. Hoi. Was denn? Sag, aber bist du behindert? Wann schreit der mich so an? Ah, gute Wahl! Es gibt nen Geldglitsch, den man zu zweit machen kann, ja echt. Und der geht wie? Keine Ahnung. Der hat das sagt mir jetzt viel. Was für, Alter? Sei mal ein bisschen freundlicher. Hä? Alter. Ja, gut, da kann ich auch direkt überfallen. Ich bier den Geldglitsch auf jeden Fall mal aus. Mal gucken, wenn er sich lohnt. Zeige ich euch den. Ich kenne den ja gar nicht. Ich kann uns mal ein bisschen Geld besorgen für das U-Boot. Hab euch ja erklärt, dass mir das echt zu blöd ist mittlerweile mit diesen Preisen hier. Ich hab keine Lust mehr, hier 5.000 Euro reinzustecken in das Spiel. Aber wie gesagt, wir wollen ja nicht übertreiben, ne? Ach, steig hier hin. Vorne, hinten, scheißegal. Auf der Flucht, oh, oh. Was für ein Aufstand, die ja schon wieder feiern, ey. Ich hab doch nur nen Laden ausgeraubt. Dafür muss man doch nicht gleich allen möglichen Scheiß aufwarten. Alle sind die Cops. Ach ja, so geht's auch. Ach, einfach weg. Auto sieht wieder elegant aus. Also dieser Wagen ist da zu verdammt, zu Schrott gefahren zu werden. Egal, wie oft wir den rausholen. Der endet immer im Totalschaden. So, auf jetzt hier. Ich wusste es. Schöner Umfall. Ruft mal einer den ADAC. Wunderbar. Ohne Fondschütze sieht das alles viel dynamischer aus. Aber ich schon ein geiles Auto, ne? Na ja. Oh, Kaktus der Zerstörung. Es ist wieder so dark. Ich könnte ja auch erweitert stellen. Wäre alles ein bisschen heiler für mich. Aber dann ist das auch für euch ja da. Da so ein Weißfilm drauf. Das ist ein bisschen... Ne? You know what I mean? Na, komm mal da rüber. Nö. Also man muss ja mal ein bisschen experimentieren. Die Fluchtwagen-Skills ein bisschen erweitern. Sehen, was möglich ist, ne? Das wird so alles voll die Absicht, ey. 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 Ich bin jetzt durch diese super enge Gasse. Hat aber nicht klappt. Ja, sowas muss man halt können, ne? Was ist denn hier so schön? Ja. Das sieht auf jeden Fall erotisch aus. Ja, hier sind wir auf jeden Fall noch nie durchgefahren. Jetzt haben wir unser erstes Mal hier gehabt. Ich bin bewegt. Äußerst... makaber, aber elegant. Hallo, guten Tag. Ich wollte Sie darauf hinweisen, dass Ihr Rückfahrlicht kaputt ist. Und Sie eine kleine Beule am Heck haben. Ja, guten Tag. Meine Herren, das ist mein Parkplatz. Aber dieses Fahrzeug gehört nicht in diese Garage. Oh, ho, 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 wie oft ich das schon gehört habe. So. Ja, äh. Unser Ritual, ne? Brrrrrr. Ich sag's ja, dieses Auto wird noch bis zum Ende der Folge ein Wrack sein. Jetzt ist schon die Mordtaube wieder abgefallen. Die Front, die... zersetzt sich als erstes. Das ist ein faules Prozess bei dem Fahrzeug. Korrosion. Ja, der zwingt uns zum Rechtsabbiegen. Dann wollen wir seinem... Zwang nachgehen. Simeon möchte eine... Mission erledigt haben. Der kann mich mal... grundweise... am Popo. Ja, hör mal. Ja, hör mal. Scheiß, die wandern. Ach, da. Ich will zu unserem Häusl. Einen Blick in die Garage werfen. Ja. Was ist ein Bumerang? Der nicht zurückkommt. Ein Stock. Oh. Na? Was war das? Was hat der Peng gemacht? Oh. Ich weiß nicht. Ich hab ja Angst, dass wir uns die Garage wieder vollbomben mit Schrott, den wir nie brauchen. Ich hab ja Angst, dass wir uns in die Garage wieder vollbomben haben. Ja. Unser Gangster-Auto, was einfach mal anbleibt. Den Blister-Kompakt haben wir hier. Den... Rattler oder oder was? Red Truck. Ja. Unser Kamel. Unser elektrisches. Und da ist es der Red... Ne, das ist der... Slam-Van. Mit dem haben wir auch noch nicht so viel Spaß gehabt, ne? Aber der driftet ja immer weg. Hmm. Schade, dass man die Autos nicht zwischen den Garagen switchen kann. Hat wir jetzt hier einfach mal den Edda oder so rüberholen können. Ja, normalerweise, ne? Müsste ja, eigentlich... Der... Ganze Mühl hier. Die ganzen Random Cars müssten in unsere industrielle Garage. Und in den Häusern sollten eigentlich nur die edelsten unserer Autos stehen. Das sollten wir vielleicht mal... In Angriff nehmen. Und wir fangen mal an... Mit dem Rattenloader. Ja, ja. Gangster-Shit. Hmm. Dann ist es natürlich wieder so eine Prise. Einen Wagen können wir ja immer wieder dahin bestellen. Also spart man sich immer eine Tour. Man. Der ist eindeutig zu schnell. Der hat eindeutig zu viel Power hinten los. Der Rapid. Der ist aber auch ein Koloss, ne? Der hat so viel Drehmoment, der Teil. Der, der, der... Rutsch. Der verrückt dir die Arschbacken. Hoi. Ja. Letztes Mal wollten wir einen gepanzerten Transport überfallen. Mal holen. Also, der hat schon eine gute Endgeschwindigkeit, ne? War das klar, oder? Ey. So. Mein Freund, das bringt mich zur Weißblutwund. Du. Abgefuckter Wichser. Bleibst gefällig stehen. Wie fährt der Bastard? So. Stirb, du Wichser. Ist schon ein geiler Ding. Aber ungeeignet als Fluchtfahrzeug. Der hat ne miserable Bremse. Miserabel. Und der Rückwärtsgang, der ist so langsam. Da penst du ein, weil... In der Zeit haben die Bullen uns hier schon wieder eingeholt. Guckt euch das an. Ich krieg nicht mal diese räudige Kurve. So schlecht ist der Wagen. Der hat einfach... ...nur Beschleunigung. Aber Atropsen. Geil ist geil. Richtig schlimm. Guckt euch den Bremsweg mal an. Was ist das denn? Das ist doch was kaputt bei dem Ding. Ein Fahrzeug muss eingelagert werden. Der Stand ganz hinten, also kommt der auch noch ganz hinten. Der Sand King, der ist ja schon urlange dabei. Der darf nicht fehlen. Aber das heißt einlagern. Wo ist der denn jetzt? Ist wie da irgendwas zerstört? Hallo. Das ist Morse Mutual Assurance. Ich kann das tun. Was stand denn neben dem Red? Ah ja, unser Kamel, ne? Bestellen wir mal kurz. Eingelagert. Nicht, dass die auf einmal irgendwo im Bus sind. Eingelagert. 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 Leider dauert das ja einmal tausend Jahre, bis man beim Mechaniker wieder ein Fahrzeug bestellen kann. Deswegen müssen wir den nächsten Wagen gleich wegbringen. Das Ding ist eigentlich auch schon relativ edel, ne? Aber den können wir ja eigentlich, wie gesagt, das war ein Random-Kauf. Wir können ja irgendeins dagegen austauschen. Also der Picador kann eigentlich bleiben. Der Voodoo gehört mit zu unseren Superschnitten. Den werde ich auch nicht mehr abgeben. Deswegen wird der den Platz einnehmen. Über den hier könnt ihr von mir aus entscheiden, ob er mit in unsere feste Garage soll oder ob er zu den potenziell Gefährdeten ist. Diese Garage wie zur Garage der potenziell Gefährdeten, ne? Das sind Autos, die eventuell verkauft werden. Der hier landet auch noch in einer anderen Garage. Und der Z-Type sowieso. Und der Dubster. Alle anderen können von mir aus hier bleiben. Der Z-Type ist unser erster Wagen. Der ist in Folge 1 schon gewesen. Der muss einfach. Den nehmen wir aber direkt mit. Huch. Skills. Das ist eine Ehre für dich, jetzt hier mitfahren zu dürfen. Das ist unglaublich. Die wundersame Ehre. Den Wagen fahre ich normal immer abgeschlossen, sodass keiner mitfahren kann. Dann sind wir hier mitfahren. Folge 1. Klar. Type. Ah nein Gott, wir haben noch Scheiß mit erlebt. Weil ja hier auch alles drin saß, ne? Das hat schon was. Der Autor hat schon ein bisschen Story hinter sich. Der Mafuyu saß hier drin. Gronkh, Sarazza, Tobi, Currywurst. Die ganze zwei Mischive Cruisers hier drinnen. Und weiß der Geier, wer noch? PewDiePie. Ja, ein legendärer Wagen in Los Santos, würde ich sagen. Unverändert auch seit Folge 1. Ich habe hier keinerlei Änderungen dann vorgenommen, glaube ich. Guck mal, der lässt sich sogar makellos, unbeschadet hierhin fahren. Ein Titan, dieses Auto, ein Titan. Unser legendärster Wagen. Na gut, die Benji auch, aber der Z-Type, der ist unangefochten. So, der kriegt auch direkt seinen Stammplatz zurück, so wie er immer stand. Boah, ja, und die Garage, bla, das weiß doch jedes scheiß Baby mittlerweile. Meine Fresse. Das wird ja immer noch so machen, ne? So, äh, du kannst mit dem Voodoo tauschen. Und der Red Truck kommt hierhin. Ganz hinten rechts kommt wieder der... Äh, Dubster. Ne, der Kamil, der kommt auch woanders. Warte mal, wieso? Stopp. Der kommt ja sowieso hier raus. Obwohl, ne, der Ding kann eigentlich auch da bleiben, der ist so geil. Aber der hier, der hat hier gar nichts verloren. Der Blister, ja, den habt ihr ja sozusagen schon in die feste Crew gewählt, weil... Das ist einfach ein Retro-Car, den darf man nicht mehr verkaufen. Der war seit Vice City am Start. Wenn nicht sogar schon seit GTA 3, bin mir nicht genau sicher. Aber ich meine, Vice City hat das erste Mal seinen Auftritt gehabt. Ja, die können eigentlich alle hierbleiben, nur der nicht. Weil der wird irgendwann ausgetauscht. Der wird irgendwann daran glauben. Eventuell. Es ist natürlich immer noch möglich, ihn auch festzumachen. Gut, Freunde, ich park dann mal weiter um. Wir sehen uns... ...in der nächsten Folge. Oder, ja, die anderen können jetzt, wie gesagt, da bleiben. Nur der muss jetzt noch rüber. Okay. Haut rein. Ach.